Hallöchen, wir gehen jetzt dahin und werden dann die Feste. Meine hohe Feste-Stimme sagt euch Hallo und ich kann hier nicht. Weiter. Doch. Huh. Und bei Fable zurück Willkommen. Ja. Hm. Die magische Barriere war vorher nicht da. Das erklärt, was ich gerade in der Gilde fand. Aha. Wir treffen uns bei Maze. Ich fand ein Buch, das helfen kann. Ich war gerade in der Gilde. Mama, du regst mich auf. Na gut, aber sollte es dann doch weitergehen, besser sein. Bist du unterwegs? Hier stimmt etwas nicht. Was? Nein. Nein. Was? Was? Mama? Du bist doch bei Maze. Was war's los? Mutti. Ja, wunderschöner Name. YOLO M. Das Buch. Nicht das Buch vergessen. Welches verkackte Buch, Mutti? Bist du das Buch bist? Bist du das Buch? Bist du das Buch? Bist du das Buch? Bist du das Buch? Ah, du! Abrams Traumagenturk Dieser Uralte-Bahn beschreibt die vergessenen Rituale und Zauber der Rückküste, einschließlich dem Errichten und Deaktivieren von Kraftfeldern. Er ist in einer geeignetvollen Sprache verfasst und die ich nicht lesen kann. Vielleicht kann der Giltemeister sie lesen. Yay, wir haben sanse Fotos. Neh mal, ich werde jetzt auf den Platz gehen und mir meinen Schwarz schnappen! Ich habe eine Questkarte von eurer Mutter. Schnell, kommt zum Kartenraum und sprecht mit mir. Schau mal! Ich bin nicht dein Bimbo! Ich spreche jetzt nicht mit dir. Nö. Nö, nö, nö. Hallo. Na gut. Das ist schrecklich. Jack hat eure Mutter erneut entführt. Ich sprach heute kurz mit ihr. Sie erzählte mir von dem Schwert und dass ein Schlüssel existiert, um es zu befreien. Aha. Jetzt erzählt sie also vom Schwert? Ich habe gedacht, das soll geheim bleiben. Jack darf keinesfalls Erfolg haben. Ihr müsst verhindern, dass er den Schlüssel zur Hugküste bekommt. Oh. Hier ist eine Questkarte für euch. Aber wenn ihr sie nehmt, gebt ihr eure anderen Aufgaben auf. Das ist zu wichtig. Aha. Nein. Nun gut. Beendet eure Arbeit und kommt zu mir, wenn ihr für eure größte Herausforderung bereit seid. Aber beeilt euch. Naja. Hm. Algenbaum. Ich muss das leider jetzt mal machen. Zwischendurch. Lass mich draufklicken. Aufladen. So. Tut mir leid. Aber das musste. Totbringer? Ich glaube, ich mag ihn. Hurra! Ja! Haha! Nett! Uh! 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 Bist du ein Händler? Hallo! Hallo auch, o Held! Ich suche jemanden, der mich zur Obst... Nein! 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 Wo ist mein Geld? Nein! 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 Halt weiter! Runter! Runter! Oh! Fischi! 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 Halt! Man kann einfach irgendwie weiterklicken mit der Champion anschauen. Oh! Fischi! Da nicht nein! 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 Was habe ich denn gefunden? Schick. Oder gesagt hübsch. Hübsch. Warum geh ich zum Picknickplatz? Weiß ich auch nicht. Angeblich soll es hier sein. Irgendwo hier. Ich weiß noch nicht wo. Keine Ahnung. Mitten auf dem Platz. Warte, war ich falsch. Das ist doch die Obstfang. Ich glaube, es war doch die Obstfang. Ich verstehe das Rätsel nicht. Ich bin zu blöd. Auf zur Obstfang. Vielleicht ist er dieses Mal das richtige Ziel. Soll ich den mitnehmen? Hm. Nee. Ich mag meine neue. Axt, axt, axt. Die ist so wunderschön. Und dafür nur einen Schalter, so viel Geld auszugeben. Ich renne einfach, weil die nur wollen wir sein. Natürlich will ich mich auch. Ich kriege auch. Ja. Ich bin hier. Hallo, Beanies. Tschüss, bitte. Du, bitte. Oh nein. Oh Gott. Oh Gott. Du hast eben verlaufen. Ja, ja. Ta, ta, Jungs. Ich bin der beste Läufer der Welt. Ich bin Lyshop. Nur in cool. Ach, ich meine Sorge. Nein, das ist jetzt wieder Lyshop. Sollte sich mal entscheiden. Hallo. Aus dem Weg. Jocker im Anmarsch. Hui, hui, hui. Tchum, pchum, pchum. Über diese Mini-Monster. Ja, sie bringen Erfahrungen, Nerven. Man braucht nicht viele Schläge. Das ist nicht neu. Aber sie erfordern Nerven. Das Läufer sieht schon wieder besser aus. Vor allem halt so bedrückt. So. Ich kann jetzt weiterspielen. Ähm. Hier ist Wald und hier sind Früchte. Irgendwie zwischen Kisten und Heu und... Soll das Heu darstellen? Okay. Schaffst du? Schaffst du? Ein Hühnchen? Ähm. Ich hab sowieso keine Ahnung. Früchten auf dem Boden. Irgendwas muss ich doch mal wieder falsch machen. Ich hab jetzt mal wieder falsch machen. Ich hab jetzt mal wieder falsch machen. Hähnter! Versteh's mich. Hier kann ich fischen, was ich jetzt nicht möchte. Oh! Wo ist das denn jetzt? Ich dachte auch mal, oh scheiße, kriegt ne Platz. Und ich hab noch eine, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich hab alle sechs. Welcher war der letzte Tipp? Man soll nicht verzagen. Ah, nervt nicht. Ich will erstmal an meine Questes ziehen. Uh, hi. Ich hab mich gar nicht gesehen. Gaga. Ich weiß auch, ob man Gaga ist. Gaga, Gaga, Gaga. Also, zwischen... Ja, das sind Strohballen, das sind Strohballen. Zwischen Strohballen und was anderem. Hier. 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 Ah, da sind noch mehr Strohballen. Und noch mehr Strohballen. Hier vielleicht nicht. Hier. 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 Oh, Gott. I don't like these. Meow. Was ist das denn jetzt? Wie. Ich dachte... Laut Internet war es eigentlich auf dem Obst. Also entweder hier, oder auf dem Picnic Platz. Die sind jetzt hier. Aber jetzt ist es hier. Hallo? Jemand da, der mir helfen kann? Nochmal. Also. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay. Ja, da war ich deutsch, aber das kriegt doch nichts. Eure Belohnung ist am Ende eures Weges vergraben. Tut ihr, was ihr sollt, so werdet ihr Glück. Holz und Ballen haben. Holz und Ballen. Das ist Holz. Holz und Ballen. Zwischen Holz und Ballen. Vor allem, was für Holz? Baumholz. Oder hier Holz. Hier ist auch Holz. Hier ist auch Holz. Hier Stein. Das kann es nicht sein. Und hier waren keine Ballen mehr. Ballen und Holz. Aber etwas, ich gucke jetzt nach. Bis gleich. So, meine Liebchen. Ich glaube, ich weiß, wo irgendwo... Hier müsste es sein. Irgendwo hier. Ich bin mir nicht sicher. Aber... Da es ja ein geheimer Geheimskatz ist, wird das bestimmt nicht angezeigt. Und daher... Muss ich mal den höheren Spaten holen. Und ihn auf unsere Lieblingsposition setzen. Natürlich nicht. Äh, ja. Und dann spate ich mal drauf los. Na, na, komm bitte. Nicht. Da war es nicht. Was hier? Alter, hält die... Hält den Mund. Hält den Mund. Was hier? Das muss doch irgendwo hier sein. Zwischen Hei und Holz. Hier. Hei und Holz. Hier. Nein. Hei und Holz. Hei und Holz. Hei und Holz. Hier vielleicht. Ego. Nicht mehr. Hier. Ach, komm schon. Na gut. Hops. Hops waren hier. Hier waren Hops. Hops waren hier. Irgendwann mal. Äh. Bap, 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 bap. Ja, hier ist eine Obstarm. Ja, okay. Mit dem Rücken zum See schreitet ins Licht, aber geht nicht so weit, sonst kommt ihr aus der Sicht. Mit dem Rücken zum See schreitet ins Licht. Mit dem Rücken zur See schreitet ins Licht. Mit dem Rücken zur See schreitet ins Licht, kommt aber nicht so weit, sonst ist das vorbei hier. Das nächste Bauwerk weist darauf hin, folgt der Richtung. Bauwerk ist noch die Scheune. Ihr geht nicht im Kreis. Egal. Was hört denn jetzt? Ihr geht nicht im Kreis. Die Verlohnung ist am Ende eures Weges vergraben. Tut nicht. Was? Okay. Hier? Am Ende eures Weges, Moment, da ist ein Weg. Hier ist ein Weg. Woher? Hä? Achso. Warte nochmal. Ende. Ende. Ende in Las Vegas. I'm too stupid. Man soll ja nicht zu weit gehen, aber... Ich habe ein bisschen Off-Screen gelevelt. Genau, ich level jetzt Off-Screen und hier müsste es irgendwo sein. Baboom. La Bratwanne mit Gesicht. Juhu, wir haben es. Bratwanne minus verkackte Scheiße. Gut gemacht, oh Held. Ihr habt das Rätsel gelöst. Danke. Und den Schatz gefunden. Ja. Ja. Kommt da noch was? Nein? Na gut. Welche Quests haben wir noch? Was? Okay, angewerbt. Wir haben das doch schon bestritten. Der Junge wird nie wieder gesund werden. Komm, es ist mir scheißegal. Hühnertritt ist mir egal. Haben wir schon die Hühnermaske gewonnen. Büchersammlung können wir noch machen. Haben wir auch schon gemacht. Aussicht ist mir auch egal. Der Stein im Schwert, das möchte ich noch machen, aber ich werde nicht so schnell stark. Na gut, gehen wir jetzt. Geschichten-Laden. Das war, ich glaube, Insel Ballstone. Ja, ja. Und dann sollte ich mich anzapplaudern machen. Oder muss ich mal mit der Frau reden? Der Himmel sieht heute tot. Denk daran. Die. Ich hab schon. Kannst den Himmel gar nicht sehen, Junge. Ja, ja. Ich hab nur an euch gedacht. Ach, ich hing fest. Ja, das ist schön. Dankeschön. Und dich hier. Ja, mein Schnuckel. Ähm, was hatten wir noch mal noch? Das Säge. Nee, nee, nee. Klappchen hatten wir jetzt gefunden. Nein, 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 nein. Landstreich erwarten. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Die Huckküste ist ein seltsamer Ort. Was willst du eigentlich, wo ich hier mal bin? Nein, 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 Stalker. Nein, 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 nein. Suche ich meine Frau? Hallo, komm. Hey, Frauli. Schatzi. Schnuppel. Ah, hallo, mein Herzblatt. Hallo. Er ist perfekt. Ich liebe euch. Das ist wunderschön. Dankeschön. Ich liebe euch. Ja. Ich bin ja so glücklich. Haha. Ich liebe euch. Haha. Kann ich nicht auch. Ich liebe euch wirklich, wisst ihr? Kann ich nicht. Ey. Ich liebe euch wirklich, wisst ihr? Ja, jetzt wird man wieder grün. Ey. Ich bin ja glücklich. Mit grün. Ey. Ich liebe euch. Hallo, geliebtes Herz. Ah, hallo, mein Herzblatt. Ach Gott, dann nicht. Meine Frau will nicht mit mir schlafen. Alter. Wollt ihr etwas stiften, oh Held? Ja, ja. Ah, die Balverin-Töterin. Mein Vater hat mir jeden Abend die Abenteuer von Scharlachrobe vorgelesen. Ist ja auch meine Mama, ja. Die ist toll. Wollt ihr nicht bleiben und zuhören, oh Held? Balverine sind die wildesten Kreaturen in Albion. Doch einst gab es ein mutiges, junges Mädchen ohne Furcht. Eines Tages griff eine der Bestien Nothole Glade an, wo das Mädchen lebte. Alle Dorfbewohner bis auf das Mädchen flohen. Die Kleine bekämpfte die Kreatur, die doppelt so groß war wie sie, nur mit einem Stab bewaffnet. Als die Krieger eintrafen, lag die Bestie tot zu Füßen des Mädchens und sein Kleid war blutgetränkt. Seit diesem Tag kannten sie alle nur als Scharlachrobe. Achso. Mit der Zeit wurde die junge Frau eine große Heldin, vertrieb die bösen Balverine aus fast ganz Albion und kämpfte in der Witchwood-Arena. Siehst du, auch Mädchen können Helden sein. Natürlich. Ja, Mädchenhelden. Ich wette, der Balvarin starb nur, weil sie so gestunken hat. Ich würde so gern sehen, wie du nur mit einem Stock gegen einen kämpfst. Mach ich vielleicht. Eines Tages werde ich ein großer Held sein. Du wirst ein großer Schwachdopp sein. Und siebzehn Millionen Balvarine töten. Ich werde genau wie Scharlachrobe sein. Du riechst auch schon wie sie. Blödes Kind, das ist mein Mutter. Kannst du nicht erfahren, kannst du nicht erfahren, kannst du nicht erfahren. Ja, ich gehe aus. Ah ja, hier gehe ich. Ah. Ja, ja. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht hören wir dann mehr Geschichten. Tschüss.